Los, Beine! Warum lauf ich so langsam? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Gott, wie das nervt! Hören! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wow! Weiter! Die Karne haben riesige Kanonen! Wirklich? Wäre ich nie drauf gekommen Spencer! Ich muss an deinen Rucksack! Wozu? In deinem Rucksack sind meine Waffen! Runter! Deine Waffen! Ich finde keine... Was denn das? Oh ja, Bumerang, das ist einer meiner Stärken! Und was machst du damit? Keine Ahnung, sie töten vielleicht! Damit willst du die töten? Hast du ne bessere Idee? Kopf, was? Jetzt pass auf! Schönes Ding! Soll ich checken, ob ein Flummin drin ist, den du werfen kannst, ohne dass irgendwas passiert? Warte, warte! Oh nein! Es hat funktioniert! Sie kommen! Weg hier! Ich kann nicht so schnell laufen! Wir müssen jetzt hier weg! Ich nehm dich Huckepack! Was? Da sterb ich lieber! Häng auf meinen Rücken! Nein, ich werde sterben! Lass mich runter! Spencer! Lass mich runter! Das ist jetzt nicht dein Ernst! Nein, 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 nein! Wir müssen springen! Wir müssen springen! Hast du ne Vollmeise? Ich würde jetzt wirklich lieber alles andere tun als das! Spring! Ja! Martha! Spring! Nein, 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 nein! Wir müssen springen! Wir wissen nicht mal, wie tief das Wasser ist! Los jetzt! Nein! Spencer, du springst jetzt! Spring! 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 Ich glaube, ich habe einen Herzinfarkt! Ich kriege keine Luft mehr! Das war die größte Erniedrigung in meinem Leben! Mach das nicht nochmal! Ich habe viel zu viel Wasser geschluckt! Sie haben mich erwischt! Oh nein! Martha! Warte mal! Was ist da mit ihr passiert? Ist sie tot? Ist sie jetzt tot? Wartet mal kurz! Was? Was zur Hölle? Geh! Au! Ey, runter von meinem Rücken!